Als ein Fremder mit einem dunklen Geheimnis in die kleine Stadt kommt, beginnen die Menschen zu sterben. Und das Böse erwacht zum Leben. Gib mir was ich will und ich werde gehen. Was zum Teufel tun Sie da? Nein! Nein! Gib mir was ich will und ich werde gehen. Seien Sie bereit für einen unvorstellbaren Albtraum? Ich glaube nicht, dass ein Mensch ist. Warner Home Video präsentiert Stephen Kings neues Meisterwerk des Schreckens. Gib mir was ich will und ich werde gehen. Was wollen Sie? Wer wird ihn überleben? Stephen Kings Sturm des Jahrhunderts. Ich bin mein kleiner Regentopfick und rund... HEEEEIIIIII